Hallo zu meinem Aussteigerkanal. Für alle Gänsebegeisterten, so wie mich, die gibt es ja wahrscheinlich nicht, mich und Henrike, habe ich sie jetzt mal rausgelassen in die große bunte Wiese, weil sie da wo sie eingesperrt waren schon alles weggefressen haben. Jetzt laufen sie ja schön durch die Blumenwiese, echt romantisch. Neun kleine Babys habe ich. Ich will sie jetzt nicht so sehr treiben. Sie sollen ja fressen. Das sind meine Rasenmäher sozusagen. Happy Hippie Life mit Gänsen. Schön seid ihr. Etamorph powiedzieć ich, ein Ball ist schein spiel und noch În wirksam. Musik 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 Da kommt die Mami, ne, es ist Mami da vorne. Die mit dem lang ausgestreckten Hals ist Mami. Schon witzig, könnte es eh nicht filmen. Wahrscheinlich interessiert euch das nicht, aber ich finde es total herzig. Jetzt essen die Erwachsenen auch mal was, das ist schön. Ich weiß noch nicht, ob ich die jemals wieder in ihren Stall rein kriege. Meine Katzen haben sich auch schon gut eingelebt, das ist Tilly. Die haben sie aus dem fahrenden Auto geschmissen, als sie ein Kätzchen war. Ich habe sie eingesammelt. Das ist sie eingefangen, aber hat sie mit einem halben Finger abgebissen. Aber jetzt ist sie ganz okay. Tilly, Matilda ist das. Matilda und ihr Haus. Jetzt seid ihr schon richtig nahe gekommen. Jetzt kriegen sie langsam Vertrauen in mich. Das ist Papa, der da hinten, der so einzeln steht. Papa hat mir so dermaßen schon mal mit seiner Schwinge auf den Arm geschlagen, dass mein Oberarm blau angelaufen ist. Die haben also wirklich Kraft ohne Ende, bis ich ihnen an allen die Federn beschnitten habe. Der kann also aus dem Stand 1,50 Meter hoch fliegen, wie so ein Helikopter und kann dich angreifen. Die sind jetzt ungefähr, Gott weiß ich gar nicht, zwei Monate alt. Wenn die ganz groß ist, kann man die hier teuer verkaufen. Wenn man genug Futter hat, so wie ich jetzt viel grünes Gras habe, kann ich Gänsepärchen verkaufen. Ich locker 60 Euro verlange für eins oder vielleicht 50. Kommt drauf an, wie sympathisch mir der Mensch ist, der da kommt. Leute, ich steht vor meinem zukünftigen Haus. Na gut, das waren die Gänse für heute. Tschüss.